In dieser Woche gibt es wahrscheinlich viele lange Gesichter beim Blick auf das Mintos-Portfolio. Denn die Russland-Kredite wandern in die Rückforderung. Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen P2P-Kredite-News. Darunter das Twino-Crowdfunding, isländische Kredite auf Bonster, neue Rollerlaufzeiten und Gewinnprognosen auf Bullride und die Abschaltung einer Bankverbindung auf Viya-Invest. Alle Infos und Links findest du wie immer auch in meinem Blogartikel. Und wenn dir die P2P-Kredite-News gefallen, dann abonniere doch bitte meine Podcast-YouTube-Kanäle oder den Newsletter und lass mir auch gerne Kommentare da. Viel Spaß! Aber Spaß ist das sicherlich nicht, was viele Mintos-Investoren gerade empfinden. Denn die Russland-Kredite auf Mintos wandern von den ausstehenden Zahlungen in die Rückholung. Das sieht auf den ersten Blick sicher schlimm aus, aber in welchem Bereich die überfälligen Zahlungen nun stehen, das ist eigentlich egal. Das Ergebnis ist das gleiche. Mintos begründet den Schritt damit, dass die Kredite aus Russland in der Rückholung besser aufgehoben sind, da die ausstehenden Zahlungen eher für kleinere Zahlungsverzüge vorgesehen sind. Mintos selbst hat laut eigener Aussage nicht damit gerechnet, dass die Sanktionen so lange und hartnäckig bestehen bleiben. Währenddessen sucht man weiter nach Lösungen, um an die Gelder zu kommen. Die am schnellsten umsetzbare Lösung ist wohl ein Zahlungsdienstleister, der sich gerade im Onboarding befindet und mit dem man den Grenzbetrag von aktuell 10 Millionen Rubel pro Monat, was circa 160.000 Euro entsprechen, überweisen könnte. Damit wäre es möglich, dass man zumindest anfängt, die Rückzahlungen anzugehen. In den nächsten Wochen soll es hierzu weitere News geben. Ein Unternehmen, das schon erfolgreich mit eben dieser 10 Millionen Rubel-Grenze arbeitet, ist Twino. Also die haben es auch irgendwie geschafft. Auch wenn der russische Kreditgeber natürlich hier im eigenen Unternehmensverbund ist, gelten für Twino die gleichen Regeln. Und auch wenn die Rückzahlungen hier erst kürzlich auf drei Jahre verlängert wurden, laufen sie zumindest schon an. Zudem startet man eine Crowdfunding-Runde, um an neues Kapital zu kommen, mit dem man das Unternehmen weiterentwickeln möchte. Jedoch in eine ganz andere Richtung, als wir es kennen. Man möchte ein Neo-Broker werden. Für dich als Investor bedeutet dies, dass du ab jetzt auch Shareholder von Twino werden kannst, mit der Möglichkeit, an dem dadurch hoffentlich entstehenden Wachstum zu partizipieren. Neben Twino haben auch schon andere P2P-Plattformen erfolgreiche Funding-Runden gestartet und viele Investoren aus unserer Community haben daran teilgenommen. Für mich persönlich ist das nichts, weil ich ja schon als Investor dort tätig bin und ich möchte einfach nicht mein Risiko auf der Plattform noch weiter erhöhen, indem ich auch noch in das Unternehmen selbst investiere. Aber wenn du Interesse hast, kannst du dich für den Start Ende Juni jetzt registrieren. Den Link dazu findest du auch im Blogartikel. Und in der letzten Woche gab es auf der tschechischen P2P-Plattform Bonestar seit langer Zeit mal wieder einen neuen Kreditgeber. Und diesmal gibt es Kredite aus Island, die sicher nicht viele von euch im Portfolio haben. Mit dem 2009 gründeten Unternehmen Krita bietet man nun kurzfristige Geschäftskredite von der Vulkaninsel an. Krita ist dabei kein Unternehmen, was alleine dasteht, sondern ist Teil einer größeren Firmengruppe der Orca Ventures. Die Orca Ventures hat zufälligerweise ihr Hauptquartier wohl in Prag. Was für ein Zufall. Wir können hier mit Krediten um die 10 bis 11 Prozent rechnen. Krita wirbt damit, dass man als Unternehmen eine Kreditentscheidung schon in 16 Sekunden vorliegen hat. Der Kreditprozess ist dabei vollautomatisiert. Der Kreditgeber wurde auch schon dem Premium Rating hinzugefügt. Also wenn euch da unsere Einschätzung interessiert, dann schaut da mal rein. Dann kommen wir mal wieder zu den E-Scootern. Denn die Entwicklung der Scooterinvestition vor allem in Finnland bereitete vielen Investoren zuletzt Sorge. Die Einnahmen hinken hier deutlich hinter den Erwartungen hinterher. Nun stehen wir laut Bullride selbst aber vor den statistisch stärksten drei Monaten Juni, Juli und August. Und zudem wurde die Scooterlaufzeit von drei auf vier Jahre erhöht. Fehlbeträge durch mieses Wetter und andere Herausforderungen und Probleme sollte man so also zum Teil ausgleichen können. Das ist auch dringend nötig, denn durch die aktuelle globale wirtschaftliche Situation hat sich die Gewinnprognose verschlechtert. Das heißt, diese 913,52 Euro, die man in den Vorjahren im Mittel erreicht hat, das wird nicht mehr möglich sein. In unserem Community-Meeting am Wochenende sprach CEO Heiko Hildebrandt von einem Erlös pro Scooter von circa 1.800 bis 2.000 Euro. Beachtet aber bitte immer, dass das nur Prognosen sind. Die können sich sowohl nach oben als auch noch weiter nach unten verändern, je nachdem, wie sich das ganze globale Geschehen noch weiter verändert. Aber bei Bullride hat man viel vor. In Kürze startet mit Schweden ein neues Land. Neben dem möchte man auch noch in bis zu 10 weiteren Ländern bis Ende 2023 aktiv werden. Und das Thema Elektromobilität soll weiter ausgebaut werden. So soll es nicht mehr nur möglich sein, mit E-Scootern Geld zu verdienen, sondern bald auch mit E-Autos. Ich bin gespannt, was da kommt und habe zuletzt erfolgreich meine ersten Mieteinnahmen von der Plattform abgezogen. Und zum Schluss noch ein Hinweis für alle Wireinvest-Investoren und vor allem für alle die, die aktuell vermehrt investieren wegen der Cashback-Kampagne. Ihr müsst hier aktuell bei euren Überweisungen aufpassen. Hatte man zuletzt noch zwei Bankverbindungen parallel aktiv, ist ab sofort nur noch eine davon gültig. Neue Mittel dürfen nur noch zur Luminor-Bank geschickt werden. Wenn ihr also Daueraufträge laufen habt, kontrolliert diese und passt sie gegebenenfalls an.